Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück bei Little Nightmares. Wir kämpfen hier immer noch um unser Überleben und immer noch sind irgendwo diese verdammten beiden Köche, die uns unbedingt verspeisen möchten. Und einer ist gerade da drüben und ich komme da nicht rein, okay. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich da nicht reinkomme, weil dann weiß er ja, wo ich bin. Ich vermute mal, ich muss irgendwie da nach oben. Oder auch nicht. Ähm, kann ich das Ding aufmachen? Ah, okay. Und jetzt? Oh, okay. Ähm. Oh. Oh Gott, das stinkt hier, aber... Hey, da vorne ist ein Pümpel, ich möchte den Pümpel haben. Gib mir das teil, ich möchte das Waffe benutzen. Oder auch nicht. Mann. Okay, ich muss hier irgendwie rauskommen. Kann ich hier klettern? Alles klar. Da drüben, Moment, da drüben. Ich sehe schon. Ich kenne meine Bestimmung. Komm, Kleines. Kriegen wir das hin. Da ist noch ein Pümpel. Und ich höre... Ähm. Moment, bevor ich da hochgehe. Er wäscht gerade ab, oder? Er ist eigentlich voll brav. Ach, beide. Ach, wie schön. Die sind zusammen hier. Was freue ich mich doch. Brav von denen. Also, ich bin echt begeistert. Verdammter... 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 Oh Gott. Das war so klar. Das wäre so schön gewesen, um wahr zu sein, dass ich einfach vorbeischleichen kann. Unterirdisch. Jetzt muss ich nach oben und muss an denen vorbei. Mach mal das Feuer aus. Ich hoffe, die sehen mich. Die sehen mich. Ich muss das anders machen. Ich glaube, ich muss vorne raus. Und dann von hinten mich entlang schleichen. Tapfer wie ich bin. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. er darf denn er darf das ding benutzen und ich nicht dass ich so unfair wo ist dabei wo ist der andere hin wo ist dein bruder da hinten glaube ich schnell 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 habe ich hier durch die gegend kleines so ist brav verzieht ich oh man es ist so eklig hier zu sein das macht laut das macht laut ist in den schalter moment ist das die sicherung ich vermute mal das ja oh fuck komm schon komm schon komm schon nein ich dachte ich kann er sieht mich nicht ich bin viel zu klein ich bin viel zu niedlich ich bin hier eine hängelampe nein 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 ich wusste nicht wo ich hin muss wahrscheinlich nicht hier hoch ziemlich sicher sogar nicht hier hoch okay zum glück muss ich nicht doch mal bei denen vorbei ich muss kurz hier ein bisschen auskundschaften moment da komme ich glaube ich muss einfach unterhalb des also unter den hier mich verstecken ich bin nicht da ich bin gar nicht da ich bin ganz weit weg du gefälligst auch bald ja die luft ist rein mir fällt auf tragen die masken das sagt so aus als wenn das gesicht von ihm eigentlich aufgesetzt ist kann es sein dass ich hier hoch muss ne ich glaube nicht aber irgendwas muss ich jetzt mit den haken da um machen und ich weiß nicht was kann ich da hoch ich kann ja nicht hoch verdammt oh 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 fuck ich weiß nicht wo ich hin muss verdammt oh gott muss ich da mal fuck nein 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 ich bin umzingelt verdammte scheiße aber ich glaube sie sind zu doof hoffe ich select macht einmal einen schalter und halb des tisches verstecken und abhauen Einfach weg hier. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin gar nicht da. Haha. Was hat der andere mich jetzt... Nein. Tschüss. Ich geh jetzt da rein. Haha. Da kriegt ihr mich niemals. Ähm. Komm mal nicht zurück? Oh Gott. Komm schon. Oh fuck. 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 Komm schon. Jawohl. Oh Mann. Jetzt ja nicht loslassen. Die wissen nicht wo ich bin. Die sind zu klein. Und zu dämlich. Und zu... Oh Gott. Ich dachte schon. Ich bleibe gerade stehen. Und der Haken lässt nach. Aber nein. Hat er nicht. Guter Haken. Brafer Haken. Lalalala. Lalalala. Ja. Ich weiß. Ich bin da oben. Hi. Ich würde dir gerne auf den Hut spucken. Wenn ich ehrlich bin. Aber das tue ich nicht. Weil ich Manieren habe. Das habe ich als Kind gelernt. Man spuckt keinen Köchen auf den Hut. was ist. Wer ist das jetzt? Ähm. Haha. Nein. 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 Unterrutsch. Fuck. Lauf. Lauf. Oh Gott ist das. Eklig. Es ist so eklig. Es ist so eklig. Es ist so eklig. Weiter. Oh mein Gott. das war spannend und aufregend gleichzeitig ich will die umbringen okay gleich mit den langarmigen typen kann ich die nicht irgendwie ausschalten meine ängste besiegen ich bin so glücklich was soll das für geräusch das ist ein schrei der letzte schrei das gefällt mir gerade alles gar nicht hier eine leiter eine riesige leiter die mich nach oben führt dorthin wo der schrei herkommt und ich renne gegen die wand natürlich weil ich es kann okay ich bin immer noch der meinung ich bin auf einem schiff ich bin auf einem schiff ich wusste es ja hi oh gott das war keine absicht ich weiß ich sah so aus aber es war keine absicht sorry six okay muss ich da weit nach oben ich denke mal schon aber warum mensch oh hi da hinten ist das touristen von angstland der heimat des horrors gott die musste kraft in den armen haben und hier hoch zu klettern unfassbar ist das jetzt wirklich ein schiff oder was ist das für ein teil ich meine es ist irgendwas aus dem meer schwimmt aber da hinten ist eine möwe das erste ding nähe ich das erste ratten habe ich auch schon gesehen war eines der wenigen nicht angsteinflößenden dinge hier tschüss möwe war nett dich gekannt zu haben ach wie hübsch man sie die lieb da unten familie fett zu besuchen oh man darf ich jetzt mit all denen aufnehmen und sie bekämpfen ok wir reißen wieder ein brett weg ich hoffe das war kein tragendes brett und das ganze ding fällt jetzt in sich zusammen ich habe sicher schon einiges verpasst aber egal ich will hier raus ich will weg von hier hallo ich hoffe ihr mögt mich ich hoffe ihr seid lieb ich ihr seht alle so süß aus da oben hi lady die überwacht ja alles ist das die chefin hier boss böse okay alles voll asiatisch jetzt angehaucht und sie ist ja auch ein bisschen so asiatisch aus finde ich oh köstlich und angst ich höre komische geräusche wer ist das da ach wie toll ich bin ich bin im speisesaal gelandet mhm du hast auch so kleine stummelbeinchen aber egal ich bin jetzt kein störenfried hier ich bin okay ähm oh fuck ist das hässlich geh weg geh weg mein gott ist das hässlich das ist so hässlich verzieh dich oh god oh god ich bin ich bin gar nicht da ähm ich muss auf den tisch hoch oder takien lasst euch nicht stören fress ruhig weiter ich bin ich bin nur Deku fuck oh god nein 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 ich bin ich bin ich bin nicht ich bin nicht so gut wie ich aussehe oh man ich hätte schwingen müssen wahrscheinlich schwingen so und jetzt okay das mit der Flasche passiert automatisch da kann ich gar nichts dagegen tun ich dachte ich kann vielleicht dem ausweichen lauf du kleiner six dings bumms bla okay oh god hoch hoch und hoch es ruhig weiter keine panik es ist einfach weiter nein oh god und jetzt oh 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 mach jetzt ja nichts zu was da unten ist doch weit du kriegst doch einen Herzinfarkt wenn du das machst okay die sind so cool vorbildlich ach da der Stuhl hat sich gerade bewegt ist da hinten wieder so ein Gartenzwerg ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen da komm her ich muss dich in den Arm nehmen oh man gib mir Halt gib mir Schutz rette mich hier ich mach dir Feuer okay und jetzt kann ich von hier aus irgendwo hin oder ist das jetzt nur so eine Zwischengasse gewesen ich glaube ich muss hier wieder raus oder verdammt ich muss zurück da raus wo die Fettklöpse sind ich will da nicht hin okay oh god ich muss auf die Bar oh god ich kann nicht auf die Bar das wird jetzt so toll da oben zu sein hallöchen hallo ich na was wie hätte ich das muss ich schleichen oder muss ich einfach viel eleganter und graziler sein als das hier kann ich da nicht auf die Wurst hoch Moment ich weiß nicht wie sinnvoll das gerade ist aber probieren wir das mal aus ähm das geht gar nicht man schade ich dachte ich hätte eine Abkürzung gefunden aber nein ich muss mal den ganzen verdammten Tisch entlang so so bemerken die mich trotzdem wenn ich so schleiche oh god oh god da ist die Kerze oh god oh ich hab einen Entschiefen bekommen nein wie komme ich denn an denen hier vorbei Tirolimo lass mich in Ruhe oh god oh god oh god nein ich hasse dich ich bin weg ich bin gefressen worden ich hasse diese fetten Kerle das ist unfassbar fuck 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 lauf lauf komm schon komm schon komm schon jawohl jawohl es geht ja doch ähm okay ich muss drüber nein na nochmal das ganze los chaka chaka ich bin viel zu flieg für euch ihr seid viel zu fett und für oh god oh god jawohl zweimal hintereinander geschafft ich bin so glücklich und jetzt Anlauf und Sprung jawohl okay und hochklettern weg von diesen Fettis oh man ich finde es so köstlich sehe ich gar nicht aus ich sehe ein bisschen aus wie eine Banane aber das war es auch schon okay ähm okay ich habe ständig Angst dass ich irgendwo runterfalle weil ich irgendwelche Perspektiven nicht ganz mitbekomme oder übersehe ähm okay Moment kann ich da hoch ne was zum Teufel muss ich hier machen da komme ich nicht hoch ich muss jetzt aber nicht zu denen da nach hinten oder oh god ich muss zu denen da hinten hin was freue ich mich doch Taktchen oh god ich bin so froh dass die fett sind und lahmarschig oh god ich dachte ich er hat jetzt automatisch losgelassen ich wollte nämlich nochmal zurück und vorschwingen um mehr Schwung zu holen oh god ich dachte schon ich muss alles nochmal machen aber nein zum Glück ist das nicht der Fall es ist unfassbar wie oft ich schon gestorben bin in dem Spiel Taktchen ich bin eine Banane ich renne vor euch weg und jetzt merken er lässt automatisch los oh god ich dachte schon es geht sich nicht aus Taktchen ähm oh god lauf 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 oh god okay aber was jetzt warte mal ich hab die Idee ha ciao und weg was ist das oh god ich dachte schon er hat mich zum Glück sind die alle so klopsig und tschüss da kommst du niemals durch du fett ähm okay ich komm hier doch passt kommt der Fahrstuhl oh god nein ich dachte ich bin die los oh god der hat mich gesehen oh god her lauf rauf geh rein da ähm ich hoffe du musst jetzt nicht aufs Klo das will ich nämlich nicht sehen Klopapier Okay Fuck Ja, Freunde, ich werde an der Stelle die Folge beenden Mann, war das aufregend Eigentlich die letzten Folgen Seit wir diesen Figuren begegnen Ist es eigentlich unentwegt nur noch eine Verfolgungsjagd Ich finde das so schlimm Ich bin gespannt, ob wir die irgendwie loswerden Ich will weg aus dieser Welt Die ist echt schlimm Ja, bis zur nächsten Folge Mein Name ist Taco Macht's gut Ich bin gespannt, ob wir die Folge beenden